Intro 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 Jaaa ... Ey, heute ne, eh, wir wollten ja eh kämpfen, stimmt ja Aber wo? Ähm, das muss ja auch irgendwie Sinn ergeben, ich überlege gerade Ich glaube einfach mal los Oder wir gehen jetzt in die Monsterfalle, das ist natürlich auch ne Option Das sind schon die ersten Tours des Begeisterten Siehst du, geht doch ganz einfach Ist das ne Hexe? Ich seh mega schlecht in dem Texturparker, das ist richtig Äh, mit dem Shader, das ist richtig hart Ich will mal testen, Moment Wenn ich alles rausnehme Okay, jetzt sieht man nicht mehr so schlecht Super Ach da ist er doch Genau so was habe ich jetzt gebraucht auf jeden Fall, das war einfach das Ziel meines Abends heute Also mein, das In dem Spiel ist gerade Abend, nicht das hier jetzt jemand falsch versteht Na gut, dann bauen wir einfach hier Ja Deswegen wollte ich mir ne super Stelle überlegen, aber mir ist keiner eingefallen Aber ich repariere ja leidenschaftlich gerne und welche Löcher vom Küfern, das ist ja In dem Display so eine meiner Hauptaufgaben mit Was leider wirklich stimmt Äh, deswegen ist das ja nicht so schlimm Ich hoffe jeder hat die Ironie verstanden in diesen Sätzen Keine Pfeile bekommen? Keine Pfeile bekommen? Geizige Viecher Hallo? So So Though No So So Let's go So So. Hallo? Kann ich mich jetzt endlich mal um den Enderwein kümmern, da. Dankeschön. So, ist noch der da. Und jetzt hat er mit der Spinne hier. Boah! Stirb! 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 Noch einer! Hilfe! Stirb doch bitte alle. Macht ihr dann? So. Okay. Jetzt im Moment wo ich Hunger kriege, also in game. Was habe ich denn hier so? Oh! Toll! Eier! Äh, was kann ich denn essen? Zombie-Fleisch. Zombie-Fleisch. Es bringt mich definitiv nicht um. Es macht nur dein Gehirn sehr dumm. Lass mich in Ruhe. Gute Nacht. So, super hat auch geklappt. Jetzt haben wir hier elf Knochen. Das sind 4,33 Mal. Das ist super. Tada! 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 Einige wollen nicht? Okay. Warum auch immer. Äh, geh mal ich mich später drum. Jetzt haben wir noch, äh, das Problem, dass ich keine Schaufen mehr habe. Moment, das klären wir gleich das Problem. Es ist gleich vom Tisch. Äh, nicht hier, sondern... Hier. Nehmen wir uns das da. So. Tada! 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 Schaufeln. Fertig. Jetzt einmal hier um die Ecke. Wir spielen jetzt erstmal im Normal-Texture-Pack weiter. Weil mir das andere noch ein bisschen zu düster und dunkel ist. Ich muss mal gucken, wenn ich... Honeyball... Habe ich Honeyball drin? Ich glaube nicht. Wenn ich Honeyball wieder hab, dann könnte ich mir mal gucken, ob ich... Ob das vielleicht eine... Atmosphäre... Ähm... Atmosphäre bietet. Atmosphäre... Länder R própria brenn und so So super Jetzt brauche ich natürlich. Noch eine ganze menge Grünzeug so jetzt würde ich gern irgendwas sinnvolles machen mir die äpfel mal nehmen hier das müsse ich hier reinpacken so und dann haben wir die ganzen spaßig mal ab hier also kann er nichts mehr weil ich hier alles abgedeckt habe das wasser das heißt wir können da ruhig durchschreiben wie so ein bau gekloppt lalalalalala 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 soupi so so weiter geht es auf jeden fall habe ich das auch schon gemacht nee geht es um mich ja nicht gemacht dann müssen wir das doch nachholen und dann mache ich glaube ich die Schweinefauma fertig ja und das dann nachher wieder wächst dann hier ist es nicht so gut wenn ich jetzt nur die feld ab ernte so kann ja sein dass es da leute gibt die nicht so scharf drauf sind weil das ja bestimmt auch wenn man bis zu dauern wird ich könnte sich ungefähr drei minuten vorspulen dann sollte sich dass wir den pferd dann erledigt haben wenn du trotzdem zu treu sein wollen zu gucken wollte dann habe ich auch nichts dagegen aber nur so für die die dann vielleicht ein rabbi kriegen auch immer jetzt auch noch dann packe ich meine weizen jetzt hier rein wenn ich immer gerne mal steine mit macht das ähm wir können gleich mal hier die äpfel essen moment haben wir noch haben wir noch haben wir noch ja da haben wir noch siehst du super so ich bräuchte allerdings noch was auch immer da ist ja auch noch der stück und nun mal das rein und zwar ein von der sorte dann muss ich mal hier sinnloses zeug loswerden ok so wo war jetzt hier fehler da war einer hier und hier da 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 den zaun kann ich ja dann später noch äh umändern bis da noch äh anderes rein kommt aber das kann ich wie gesagt später erst mal nur wenn man sich die jahre drei sekunden ins wasser bespielen muss und den mist aufsammeln muss hier nochmal so super so go 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 so die hier so kaputt gegangen sind, aber ansonsten ist ja das Feld so wie voll komplett fertig Bin ich ja gespannt was da rauskommt Da haben wir schon die ersten Platzprobleme Halt sie was und weiß sie mittlerweile alles braucht, also da kann man auf jeden Fall nie genug haben So, mal schauen